Und der hat irgendwie zu wenig geschlafen oder hat einen Kaffee getrunken oder so. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Temulia, ähm, Turnier. Das ist hier die erste Runde. Wir haben gerade erst angefangen und der Typ, der, der, ich glaube, der kapiert das Spiel nicht. Ist halt so aufgebaut wie so ein Fußballturnier quasi. Kämpfst halt gegen verschiedene Mannschaften, also die jeweiligen Spieler. Kann manchmal bis 1 gehen, manchmal bis 2. Das ist jetzt 2 Qualifikationsrunden. Gewonnen, 1-0. So, und wenn man gewonnen hat, dann kann man in der Zwischenzeit schon mal bei anderen Leuten zuschauen. Das ist gerade jeder Fall. Wir haben nämlich gerade gewonnen. Hier sieht man's. Das vorletzte Ingenieur-Slp, 1-0 gegen M4, X-Straithons. So, wir spielen weiter. Yo. Oh, oh. Oh. Scheiße. Vielleicht wird das noch kriegen. Aber sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Doch. Oh, ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Okay, wir sind jetzt schon in der zweiten Runde gewesen. Jetzt geht's gleich in Runde 3. Geht immer bis ein... Oh, bis das Herz. Äh. Machen halt immer ein Spiel. Und der hat irgendwie wenig geschlafen oder hat einen Kaffee getrunken oder so. Ja. Wir sind aus dem Turnier rausgestiegen. Ja, toll. Wir sind jetzt zu Runde 3. Also, Halbfinale sind wir rausgeflogen. Ja. Ja, gut. Ich versuch's nochmal zum zweiten Turnier zu kommen. Falls nicht, dann war's das mit der Folge. Das heißt, ich werd jetzt vielleicht zusammenschneiden, falls noch eins kommt. Dann, äh, ja. Mal gucken, ne? Bis gleich. Oh, da ist sogar eins. Ne, warte, nicht bis gleich. Oh. Loom. Oh, da. Ich bin beigetreten. Perfekt. Ähm, jetzt hier kein Cut. Wir machen aber auch weiter mit dem zweiten Turnier. Jetzt wird es vielleicht nochmal ein bisschen dauern, aber guck mal, wie die alle joinen. Zum Glück hat er auch einen einfachen Namen gehabt. Kann man das schnell schreiben. Ne, ich nehm's keinen Kampf an. Ich bin im Turnier. Hier ist mein Prolum Crafter. Der hat das Ganze angeordnet. Ach ja, weil ihr auch so ein Turnier machen wollt. Ihr braucht Premium auf Timulia. Das hier ist nämlich grad der Prolumia-Timulia-Server. Timulia.de ist auch nochmal in der Beschreibung. Ist auch jetzt hier oben rechts nochmal im Bildschirm zu sehen. Die IP. Oder wo auch immer im Bildschirm, wo ich's hinbekommen, hingepackt hab. Oh, da hat's. Hat mehr Pfeile. Perfekt. Oh, da ist grad auf. Oh, drauf da. Drauf, drauf. Oh, oh. Oh, oh. Wir verlieren das, Leute. Wir verlieren das. Ja. Wir sind raus. Wir sind... Yo. GG. Gewonnen. Runde Nummer 2 auf der Map-Allee. Oh, da gibt er uns. Da gibt er uns. Ja, wir sind down. Scheiße. Jetzt ist die Entscheidung, wer jetzt gewinnt, ist weiter. Ey, ich schieß dreimal und treff nicht. Er schießt einmal und er trifft. Was ist das? Ich hab jetzt mal in den Inventar geguckt. Nein. Nein. What? Ey, ich hoffe, wir sind jetzt nicht draußen. Ich glaub, wir sind draußen. Wir sind in Runde 1 raus. Was ist das? Leute, ich hab vergessen in der Aufnahme Tschüss zu sagen. Es liegt daran, dass ich nochmal versuchte, ein neues Turnier zu finden. Das war aber leider nicht der Fall. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen sag ich einfach hier Tschüss. Aber die Runden waren eigentlich cool. Ich hab noch nie wirklich so ein Turnier gemacht. Und ja, fand ich einfach mal cool zu machen, dabei aufzunehmen und euch das mal zu zeigen, wie das so geht. Und ja, das war's noch von hier, von mir und dann noch viel Spaß, Leute. Schöne Feiertage, also schönes Karneval noch dazu. Und dann, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.